Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr habt einen tollen Text mit einem schönen Inhalt, aber was so Sprachstil, Grammatik, Rechtschreibung anbetrifft, ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Und hier kann uns die Wolf-Schneider-KI weiterhelfen. Was sie genau kann, zeige ich nach dem Intro. Bleibt also drin. Wolf-Schneider war ein deutscher Journalist und Sprachexperte, der die Journalistenausbildung maßgeblich durch seine Lehre, durch seine Sprachregeln beeinflusst hat. Er ist im letzten Jahr gestorben und seine Lehre, seine Regeln wurden von der Reporterfabrik im Rahmen einer KI wiederbelebt. Aktuell ist die WSKI.app in einer Beta-Variante zur Verfügung. Das heißt, man muss sich noch bewerben für einen Zugang. Der soll aber im Laufe des Oktober freigeschaltet werden zur offenen Registrierung. Und dann erfahren wir auch mehr über Preismodelle. Ich scrolle mal runter und wir haben jetzt hier zwei Fenster. Dann zeige ich jetzt einfach mal, was diese WSKI genau machen kann. Ich habe mir hier von unserem Blog einen älteren Text kopiert vom 8. Oktober 2018, der erste Blogartikel. Und den kopiere ich jetzt mal und füge ihn hier in das Eingabefeld ein. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, auch die Textgattung festzulegen, indem ich sage, ich hätte jetzt gerne am Schluss eine Nachricht, ein Kommentar, Rezension, Reportage, Bericht, Essay, Schulaufsatz und so weiter und so weiter. Aktuell kann ich bis zu 20.000 Zeichen eingeben. Das ist schon eine ganze Menge. Und in dem Moment, wo ich auf Text überarbeiten klicke, fängt die Wolf-Schneider-KI an zu arbeiten und schreibt mir meinen Text um, hinsichtlich der Regeln des Sprach- und Rhetorik-Papstes. Ich sehe jetzt schon direkt, Schachtelsätze werden umgeändert in kurze Hauptsätze. Und wenn ich jetzt wieder mit der Maus hier drüber gehe, habe ich auch die Möglichkeit, mir komplette Satz-Alternativen oder auch Wort-Alternativen auch anzeigen zu lassen, die ich dann eben per Mausklick einfach auch auswählen kann. Das heißt, ich habe die Wahl, ob ich jetzt einfach einen Text innerhalb weniger Sekunden automatisch komplett durchkorrigieren lasse oder ob ich jeden Satz nochmal einzeln durchgehe, einzelne Sätze oder Bausteine austausche. Letztendlich wird nur das verändert, was ich auch verändert haben möchte. Auch sehr schön finde ich hier unten die Funktion Analyse laden, denn jetzt bekomme ich von der VSKI ja eine Textanalyse und ein qualitatives Feedback zu meinem Text. Da muss ich jetzt mal kurz warten, bis sie geladen ist. Hier ist sie schon. So, der Text ist insgesamt gut verständlich, flüssig zu lehnen. Es gibt jedoch einige stilistische Verbesserungsmöglichkeiten. Vermeiden Sie lange verschachtelte Sätze. Verwenden Sie aktive Verben. Vermeiden Sie Passivkonstruktionen. Vermeiden Sie Wiederholungen, unnötige Füllwörter. Achten Sie auf eine einheitliche Schreibweise. Und das sind schon mal ganz, ganz konkrete Rückmeldungen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch nochmal konkrete Denkanstöße. Der Text liefert grundlegende Informationen zum Thema Digitalisierung und Bildung. Es können jedoch weitere Details und Hintergrundinformationen hinzugefügt werden. Konkrete Beispiele hinzufügen. Erklären Sie genauer, welche Anforderungen an den Menschen entstehen und so weiter. Also das heißt, ich bekomme jetzt nicht nur eine Korrektur meines Textes, sondern auch eine qualitative, wirklich sehr fundierte Rückmeldung. Und die kann ich auch hervorragend nutzen für Schreibwerkstätten oder auch für Außenweiterbildung, für Fortbildung, für Gemeindebriefredaktion, wo es eben auch darum geht, das Schreibgefühl oder den Schreibstil auch entsprechend zu ändern. Weitere schöne Funktionen ist, neben dem Text verbessern, auch die Möglichkeit, sich Überschriften vorschlagen zu lassen. Das heißt, wenn ich auf Text überarbeiten klicke, bekomme ich jetzt einige Überschriften. Hier auch direkt vorgeschlagen, fünf an der Reihe. Und eine dritte Funktion, Teaser generieren. Da bekommt mich von der KI dann einfach nochmal einen kurzen Einführungstext, einen kurzen Teaser für eben Social Media oder eben den Teasertext in einem Gemeindebrief oder in einer Veröffentlichung. Wie gesagt, die WSKI ist aktuell noch kostenfrei nutzbar. Und ich finde, das ist einfach eine super Funktion, eine super Möglichkeit, um den eigenen Sprachstil mal ein bisschen aufzupeppen, um auch mal qualitativ hochwertiges Feedback zu bekommen. Und ich denke, da können auf jeden Fall sehr viele ehrenamtliche Redaktionen auch davon profitieren. Kanntest du dieses Tool? Wie findest du dieses Tool? Schreib mir das einfach mal in die Kommentare. Lass uns darüber diskutieren. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Ich wünsche dir alles Gute ansonsten. Bis bald. Tschüss.